so die sache ist ja auch die wir haben ja dann noch zum beispiel ein weißes buch das mussten wir glaube ich auch noch irgendwo ein warte mal habe ich mal einen platz frei ja kann ich mir vor jetzt aber schon mal auch die money mitnehmen besser ist es aber kommen wir da jetzt noch ich weiß gar nicht ob wenn wir das buch jetzt einsetzen ob wir da doch in einen anderen raum reinkommen ich glaube schon wird auf jeden fall sinn machen wir gucken mal entschuldigung war das jetzt überhaupt hier lang ja gott bin heute sowas von scheiß vergesslich aber ich habe wenigstens das gute gefühl also ich bin noch mal schwer der meinung dass wir das dass das vielleicht sogar der aufnahmesession oder vielleicht der nächsten oder so eigentlich schon durchbringen liegt jetzt nicht daran dass ich das also sollte jetzt nicht anhören dass er das spiel irgendwie nicht mag oder so so ist es nun gar nicht aber da ich ja eigentlich noch ein bisschen weniger zeit für das spiel veranschlagt hatte vielleicht noch ein bisschen mehr vielfalt bringen und so gerade auch bei den horrorsachen ja bin ich ja auch nicht unfroh drüber wenn man dadurch ist mal die anderen teile werden ja wenn ja auch noch kommen und als nächstes aus der reihe erst mal resident evil 7 plus die gscs weil es sich halt auch gewünscht wurde und ich weiß nicht wie die zusammenhänge nach nach der ganzen geschichte wie gesagt ihr habt durch teil drei noch durch teil zwei und drei schon durchgespielt gehabt wie es danach aber weiter ging so story mäßig zusammenhang weiß ich jetzt nicht aber ich glaube das hat sich dann vielleicht auch also ich setze jetzt einfach mal darauf dass es jetzt noch mehr oder mehr ein bisschen im sande verlauf hat wie wie es besser zum beispiel auch war da hat das dann die komplette reihe dass das zusammengehangen hat auch nicht leider nicht mehr mehr gehauen deswegen wird das als übernächstes kommen als nächstes muss ich erstmal gucken ach so ja 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 nein was da als nächstes kommt es wird auf jeden fall ein kürzeres horrorspiel sein aber ich muss halt erst mal erst mal gucken was ich da nehme ernsthaft wahrscheinlich mal ist mir jetzt total umständen die eigentlich nicht ich weiß nicht ob es die schnellste variante war aber ich denke mal schon ich hoffe es so geht es nicht hin ich habe schon wieder das blöde gefühl dass wir jetzt wieder einen großen gegner kriegen und ich bin null ausgerüstet voll voll lass mich da komme ich nicht durch scheiße aua hör mal auf mit der scheiße hier nein falsche tasse kann es mir gar nicht kann es mir gar nicht kann ich überhaupt irgendwo hin komme ich hier überhaupt irgendwo hin da ist ein kuh es war doch wieder so klar dass ich einen absolut unnötigen u-weg nehmen muss oder wow wir haben da ein code den ich aber nicht weiß vielleicht warte mal ich gehe mal gucken vielleicht habe ich ja glück und kann das ding erwarten weil ich weiß jetzt auch nicht mehr wo ich den gefunden hatte ich glaube so funktioniert es nicht aber warte mal habe ich nee hau ab akten villa ja residenz selbst im brief ich glaube da in dem raum konnte ich das zeug mischen die frage ist jetzt was für mich erst mal warum habe ich den kack schlüssel immer noch und zweitens wo muss ich jetzt hin um die notiz zu finden oh 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 mir fällt gerade was auf warte mal also nicht hier aber generell mir ist das total entfallen auf der karte ist es ja so wenn der raum rot angezeigt wird dann müssen wir da noch was machen sein dass ich jetzt bei der scheiß pflanze irgendwas vergessen aber das glaube ich eher weniger das heißt ich habe zum beispiel das dokument auch noch nicht was jetzt auch nicht so schlimm ist aber ich muss meine rest der karte durchgucken was ich da vielleicht vergessen ich meine wir die wurzeln klein kriegen das wissen wir schon dafür brauchen wir eigentlich steht hier irgendwas kodemäßiges okay jetzt haben wir das aber okay der ist geklärt in dem raum haben wir noch was aber ich weiß ja die das wird wahrscheinlich bloß der ding sein der 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 code jetzt muss die anderen räume leider noch mal ablaufen das tut mir jetzt natürlich auch leid wenn ich da wieder irgendwas übersehen habe aber ich brauche erstmal den code sonst komme ich in die kacktüre zum mischen nicht rein zudem ist der schrank hier so kacke auffällig hier hätten wir nicht weiter okay ich glaube das würde uns jetzt angezeigt werden auch in den gängen vorher müsste ja auch so gewesen ähm okay hier ist alles clear da ist alles clear ist bloß noch hier oben ich habe jetzt aber auch nichts aufgenommen dass ich jetzt auf dem weg noch mal bräuchte oder ich bin mir nicht so sicher ob ich vielleicht irgendwo was vergessen also jetzt muss ich nochmal rausgehen und da spaßeshalber mal auf die karte gucken oder kann ich das auch von hier machen warte mal kurz ah innenhof siehst du beim innenhof ist ja auch noch was aber da waren glaube ich bloß pflanzen gewesen und sonst habe ich hier nicht weiter villa ja den helmschlüssel brauche ich noch siehst du da gibt es ja noch einiges und der komische der komische aufzug hatte auch noch kein strom okay okay kann auch gut sein dass ich erstmal den helmschlüssel finden muss und dann wieder halt in die villa reinlatschen weil da habe ich jetzt zu ach so ja stimmt da war er jetzt hier wieder gewesen ich muss mal gucken ich weiß dass hier pflanzen und sowas gab ja klar nehme ich jetzt mit und kombiniere so gleich wieder damit ich ein bisschen platz im inventar habe eine anzeige für ja ja toll da ja 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 das hatten wir schon aber hi tagenkasten ist leer aber sonst hatte ich hier ja auch nichts weiter gehabt ne gehe mal nach dem bärts tisch gut hier noch was weinflaschen ok ja weinflaschen naja stimmt hier hatte ich ja noch ein medikit ja nimm mal mit die lampe scheint grün aber ich kann jetzt auch ne wir haben oben noch eine pflanze das kann noch nicht das kann noch nicht rot sein warte mal kurz finde ich aber lustig dass die spinnen nicht runter kommen ein haufen großer weinfässer geht es irgendwo drin ähm guten Tag guten Tag brauchst nicht kuscheln erbenfreund läuft ah scheißspinne so gucken wir mal ob wir hier aber wahrscheinlich nicht weil der tisch ja noch da ist der muss doch hä was ist denn die achso blaue pflanzen war hier glaube ich noch im gang oder ich guck mal hier vorne aber doch noch edel verkackte blau ja toll ja das möchte ich mir tragen ähm doch kann ich gleich wieder ne ich prüfen kombinieren so jo hallo danke hm also es könnte jetzt wirklich bloß eine Suchfolge werden also ich würde schon mal vorausgesagt haben weil ich dann halt wieder außerhalb der Aufnahme ein bisschen gucken werde ähm und den haben wir auch immer noch aber ich habe im Haus wirklich alles schon abgesucht gehabt aber hier haben wir ja auch nichts weiter was ihr jetzt irgendwie gebrauchen könnt oder Feuerzeug ach nee das wollte ich nicht ich wollte eigentlich die Gewehrmusik äh die Pistolenmunition hier stecken ich habe da noch das Serum ganz ehrlich ich nehme mal die Magnumsspaße selber mit die werde ich am Ende nicht mehr brauchen das weiß ich jetzt schon noch irgendwas wichtiges was eventuell wichtig werden könnte ich weiß jetzt nicht ob die dieselbe Munition brauchen ich nehme das nochmal mit äh Serum will ich ganz kurz bloß mal ganz kurz bloß mal prüfen prüfen gerade genug für eine Dosis aber es steht halt auch nicht weiter oben also kann mir da kein Reim draus machen na gut dann speichere ich ja weißt du was bevor ich draußen vielleicht sterbe sicher ist sicher und wir haben ja noch einige ja komm hier sieben wir haben ja erst wieder drei gefunden Mädchen bitte achso ist ja auf der anderen Seite der Wand alles klar mein Wähler ja wir speichern nochmal kurz dann werde ich mal nochmal vielleicht die Köder draußen vornehmen und vielleicht wenn ich dann echt nochmal ins Haus zurückgehe also wie gesagt ich 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 bin nicht so ein guter Dinge dass ich jetzt noch großer Jast hin werde deswegen muss ich ja wahrscheinlich erstmal wieder so gucken ja aber vielleicht haben wir ja Glück wäre ja nicht das erste Mal vielleicht haben wir ja Glück unten haben wir aber auch keine Notiz das wird uns angezeigt werden habe ich auch nicht übersehen im Gang ist noch was und bei dem Viech kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen achso ich sollte ja vielleicht auch meine Waffe ausrüsten wenn ich hier komme das kleine schnucklige Ding für die kleinen schnuckligen Hunde ach nee hier waren die erstmal krähen oder klar waren die erstmal krähen so that is clear hier brauchen wir nichts ich glaube hier kamen so Schlangen ne na doch nicht mehr aber hier alles klar grüßt euch na wie geht's hier waren krähen aber die krähen die lasse ich mal weil das ist ja ihr wisst so das Ding ist auch nicht rot und durchsichtiges Wesen stimmt im Wasser auch rum cool stimmt hier braucht man noch eine Batterie deswegen geht das ja nicht ne Stromversorgung ja ist ausgeschaltet äh ausgeschaltet ausgeschaltet boah Batterie hatte ich jetzt aber auch nicht gesehen ja 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 komm gib mir die auf den Sack hier ist noch eine blaue Pflanze und das Ding wurde mir nicht rot angezeigt verlasse ich mich jetzt echt da zu sehr drauf ich glaube ich verlasse mich da eher zu sehr drauf das ist das sollte ich vielleicht nicht machen ich hoffe ich habe da oben in der Hütte nichts vergessen wo der Typ war obwohl notfalls können wir auch versuchen ihn wegzupelzen machen wir das auch mal gesehen hä ah ne da ging es ja gar nicht runter ha gut wo kriegen wir den Code her also notfalls falls ich wirklich kein Schiebs finden sollte oder gar nicht weiterkomme äh wäre nicht unbedingt das erste Mal dass ich so ein Ding ähm ja überausprobieren dann mache das dauert zwar naja naja Babylichkeit hey warte ach das funktioniert wieder nicht ich hab warum hab ich warum finde ich hier eine Waffe mit nur einem Schuss Entschuldigung ich hasse die Hunde einfach in dem Spiel so so hier haben wir noch eine Laterne die nimmt er auch nicht mit es ist ja an sich bloß ein kürzerer Weg also wir müssen das mit der Batterie nicht mehr machen aber die Batterie bräuchten wir vielleicht für den anderen Aufzug wie viel Platz hat nein wie viel Platz habe ich in der Elemente aber ich sag mal so zum wegpelzen ist die Magnum ja nicht schlecht ne dafür dass ich sie eh nicht mehr nutzen werde das ist halt trotzdem ein bisschen gut da war es bloß die Pflanze gewesen warum das auf der anderen Seite nicht ist weiß ich nicht da haben wir noch ich glaube da habe ich noch ein Schriebs vergessen anscheinend da habe ich noch Pflanzen da draußen habe ich noch Pflanzen ich habe da unten auch noch was gelassen okay ich gehe erstmal zurück weil dieser Gang wo wir zum Beispiel den Sarg haben und abfallen lassen da fehlt ja auch noch was da fehlt ja auch noch was was habe ich nicht habe ich bloß die ah ne ich habe ja noch ich habe ja noch die Magnum das ist gut vielleicht haben wir auch Glück und da reicht wirklich eh ein Schuss aus für die Viecher dann kann ich das doch schon mal ein bisschen die ist weg der eine war relativ langsam Tag Ciao ähm ich gucke bloß weil ich jetzt okay doch den hatte ich schon weg ich gucke jetzt bloß so weil ich weil ich jetzt nicht weiß ob das jetzt was der Zettel ist der auf dem Boden herum lag ja gut ich nehme trotzdem mal mit was dem kann ich hier gleich noch was ablegen was wir nicht brauchen dann looten wir einfach mal eine Runde hier die Runde so das Ding kann auch weg ah ich habe bloß 10 Schuss aber wenn das für die großen Viecher reicht dann bin ich erstmal zufrieden die Hunde muss ich mir ja nicht unbedingt vor die Hunde muss ich mir ja nicht unbedingt vornehmen aber wenn das so weit erstmal reicht Problem ist wo gehe ich denn jetzt hin da sind bloß die Hunde ich muss erst sowieso nach oben da waren überall nur Helmschlüssel da habe ich glaube gut in dem großen habe ich glaube ich noch Muni vergessen wir gehen erstmal wir gehen erstmal und klären mal eine Runde die Räume weil ich möchte sagen ich habe noch einen Raum gehabt oder einen Gang gehabt wo dann auf jeden Fall noch 3 waren und da muss ich da bei der Helmschlüssel glaube ich irgendwo ein Helmschlüssel gebraucht wird und das ist dann natürlich ätzend wenn du das dann nochmal machen musst deswegen ich gebe mir mal bloß die die Muni oder ist das jetzt war das jetzt hier gewesen ja ich gehe mir hier hinten nochmal die Muni holen wo die Schlange war ist ja auch wichtig für später nein 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 das hatte ich auch schon mal gehabt dass ich da lange gelatscht bin und dann wo flackert denn das Licht hier jetzt auf einmal das war vorher aber auch nicht ein bisschen verwirrt aber okay gut das kennt er ja von mir schon das ewige Leiden so das müsste doch genau hier gewesen sein sieht man Spitze ach Gewehrmunition sogar das war ja gar nicht für den für die Dings hm ich will wissen was ich da im Gang vergessen habe ich kann mich nicht daran erinnern dass ich da überhaupt irgendwas vergessen habe weil da ist bloß der Sarg runtergekommen da haben wir den Opperkalt gemacht und das mitgenommen was wir brauchten hm das verstehe ich jetzt nicht so richtig na gut vielleicht finden wir es ja noch heraus vielleicht bringt es uns das auch weiter es wäre echt schlimm wenn das dann der Helmschlüssel wäre der da unten rum liegt noch äh pass auf wo wollte ich hin ja da kann ich eigentlich gleich mal hingehen ja wenn es dann nicht so ist also die Folge wird jetzt wahrscheinlich sowieso ein bisschen länger werden geht er mir noch ein bisschen beim naja looten mehr oder weniger zugucken oder eher so beim wegschnitzeln der Herrschaften hier weil ich werde dann sowieso wahrscheinlich nochmal dann speichern und ja außerhalb der Aufnahme eine extra Runde drehen so ist nicht weil ich glaube mir eine halbe, dreiviertel Stunde dabei zuzugucken wie ich die ganze Zeit nur da sitze ist glaube ich auch nicht so geil deswegen aber was soll denn da unten noch sein oder ist hier irgendwas bei der Treppe auf dem Weg was 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 will ich denn hier vergessen haben ernsthaft Muni Gewehrmunition na gut kann man nie genug von haben auch wenn ich langsam so das Gefühl habe so viel Muni brauche ich dann doch nicht für den Endkampf kann mich dazu natürlich täuschen aber ich glaube da reicht sogar das was wir für die Granatwerfer haben aus aber ist ja erstmal Ritze so aber dieser Verfluchte ich meine gut bis ihr das hier seht wer ich das für Spiel wahrscheinlich durch haben aber ich frage mich jetzt gerade echt ob ich den jetzt hier irgendwie übersehen habe oder ob ich den noch irgendwo anders finden kann ähm hm das wuppt mich gerade so ein bisschen aber ich sag mal so wenn die wenn die Bude hier aufgeräumt ist das ist ja jetzt auch nicht so schlecht und die blöde Batterie muss ich ja noch finden also wie gesagt wenn ich dann ja ich lass nochmal ein bisschen laufen bis ich dann so weit äh das Haus äh gekriert haben tschüss ähm ich wollte sagen du stehst aber nicht wieder auf äh wo kommst denn du jetzt auf dem ach ach ich hab vergessen ich vergaß ich lass nochmal ein bisschen näher kommen stimmt die sind ja dann durch die Scheibe gebrochen ähm warte kurz äh ja doch ich ich wollte hier lang oben sind noch drei die müssten ja mal auf den Sack gehen oder vier naja also solange es solange es ausreicht ist okay nachher ich kann auch die mal kurz wegschnetzen und mir dann was zur Selbstparteidigung noch schnell holen schade schade weil das nicht mehr funktioniert dass sie hintereinander gestanden haben und dann konnte ich sie komplett wegschroten aber naja gut so nehme ich doch gerne mit ich muss aufladen ich muss aufladen ja ich muss aufladen nein halt 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 das Ding ist ich hab jetzt gerade den falschen Knopf gedrückt hat sie hat ja nicht ne das tut mir aber leid renn doch hier nicht so kopflos rum ist hier noch ja noch hallo ich meine das ist ja bloß ein lahmarschiger aber hä ich sehe jetzt den Schatten hier rumpeln ach da ich hab eigentlich auf die Eier gezählt ich weiß nicht warum sie jetzt den Kopf getroffen hat also ist vielleicht auch nicht im Schießen so gut und ich sag endlich wie viel hab ich noch drei Schüsse ok so wiss ich weiß in den Zimmern können ja auch noch mehrere Leute sein aber da waren glaube ich bloß Pflanzen da brauche ich auch noch ein Auge was ich nicht hab das ist echt schlimm das ist wirklich echt schlimm na gut ich gehe jetzt mal die Bienen noch wegsensen dann haben wir auch wirklich Ruhe ja und werde ich nochmal abspeichern und dann dann schauen wir einfach mal wo wir am Ende landen alter alter ist das nein 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 oh Schweingrab Schweingrab warte 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 ich nehme es jetzt trotzdem einfach mal ja das sollst du nämlich nicht machen du hast noch was zum Wehren du hast noch was zum alter war das fies war das am Ende jetzt nochmal warum nicht aber trotzdem das war fies dass die jetzt gleich vom BNZ-D kommt ey scheiße alles klar alles klar da kann ich nochmal runter gehen dann speichere ich jetzt hier gleich nochmal ähm ja und da muss ich gucken also notfalls werde ich wirklich die 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 ja notfalls werde ich wirklich den Code dann so mal ausholen also mich auf die Couch schon ein bisschen durchzippen vielleicht habe ich ja Glück werden natürlich äh dann die Aufnahme zumindest vom Gameplay weiterlaufen lassen weil damit da auch also für die die es vielleicht noch nicht kennen äh das Spiel ja möchten wir machen äh damit ihr auch seht wie der Code dann im Endeffekt war aber ich kann mich jetzt halt auch an nichts erinnern wo wir vielleicht äh den gesehen hätten oder wo ich den gelesen habe weil ich habe ja bisher alles vorgelesen aber vielleicht habe ich habe das eine Notiz irgendwo übersehen das kann natürlich auch sein alles klar würde ich sagen das war es für heute die Folge war jetzt ein bisschen länger war ein bisschen mehr mit Looten und Killen aber wenn wir jetzt wieder in das Haus zurückkommen wenn ich dann irgendwann mal den verkackten Helmschlüssel gefunden habe ähm haben wir auf jeden Fall erstmal unsere Ruhe und das ist ja eigentlich auch schon mal beruhigend also vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis morgen zur nächsten Folge von Resident Evil Ciao, ciao